Diese Teams sind jetzt alle im Achtelfinale, ja? Ich sage, also wenn ihr wollt, mit Ergebnis sogar, wie ihr wollt. Also Holland gegen USA, 1-0, Holland. Holland wird weiterkommen, das wird ein spannendes Spiel. Argentinien wird gegen Australien 3-0 gewinnen. Japan gegen Kroatien, da wird Kroatien in der Verlängerung durch ein 2-1 in der 118. Minute weiterkommen. Japan wird rausfliegen, bis dahin halt sehr, sehr weit gekommen. Und wir haben Brasilien gegen Südkorea. Ich bin ehrlich zu euch, wenn Brasilien mit Stammelf spielt, Neymar wieder fit ist und alle richtig Gas geben, nicht so wie heute gegen Kamerun, wird das ein 2-0 für Brasilien. England gegen Senegal, sage ich auch so ein 1-0 England. Frankreich, Polen, da muss ich leider sagen so 4-1 Frankreich, sage ich. Marokko, Spanien, ob ihr mich für irre hält oder nicht, ich sage 2-1 Marokko. Portugal, Schweiz, Portugal wird mit einem 1-0 nach der Verlängerung weiterkommen. Schweiz wird die ganze Zeit bunkern und vielleicht sogar auch gewinnen. Ich weiß es nicht. Das wäre so meine Prognose gewesen für die ganzen Spiele, wer weiterkommt.